so hallo und herzlich willkommen bei aktien mit kopf finanzielle freiheit durch logisches und langfristiges denken wir sind hier zusammen mit markus und ja wir sprechen heute mal direkt jetzt ein mit beziehungsweise small cap an ja fast schon mit cap fast schon mit cap genau und ich mich würde einfach mal interessieren bei bei diesem video jetzt wie du so an so eine bewertung rangeht was für dich relevante punkte sind und und so weiter aber ganz wichtig ist bevor wir starten wir sprechen jetzt gleich über das unternehmen zekonomie richtig und das unternehmen habt ihr selber auch in eurem fond drin richtig haben wir in unserem fond drin ja genau und trotzdem bitte bitte an alle anleger deswegen auch der disclaimer ganz am anfang schon ist es jetzt keinster weise irgendwie eine aktien empfehlung von wegen die solltet ihr jetzt kaufen oder so sondern ich will einfach mal in diesen bewertungsprozess mal reinschauen kann es vielleicht am anfang mal einfach so eine kurz vorstellung machen so ein paar sätzen was ist economy was machen die genau genau also das economy ist die holding sozusagen die mutter von operativen einheiten und ich würde sagen ihr wichtigstes und bekanntestes asset ist media markt und saturn den jeder in deutschland kennt ja übrigens auch schon ein ganz wichtiger punkt für mich hat allein dieser branden wert in diese holding gehören dann noch weitere beteiligungen wie fnag dati das ist ja zu sagen die französische mediasaturn ja da haben sie eine eine beteiligung dann halten sie noch zehn prozent oder knapp darunter an metro diese economy kommt ja auch aus einem spin-off die alte metro ist aufgeteilt worden genommen economy also dem elektronikartikel händler und metro dem food retailer ja aus dieser zeit haben sie noch neun knappe neun prozent die sie jetzt aber an den tschechischen investor quasi verkauft haben man weiß noch nicht ganz genau den preis aber noch gehören ihnen diese neun prozent dann haben sie noch beteiligung an der russischen mediasaturn die heißen m video ja und economy ist die holding oben drüber die das alles konsolidiert okay ist also ein deutsches unternehmen ist ja glaube ich in letzten jahr der bürze 2018 ziemlich nach unten gegangen man kann sagen quasi geschlachtet worden okay ja woran lag das was ist passiert das lag an vielen dingen ich würde mal sagen zwei dinge muss man hervorheben erstens die firma hat anfang nach dem spin-off ende 2017 dem kapitalmarkt diverse dinge versprochen die definitiv nicht in der form eingehalten wurden ja und es gab zwei gewinnwarnungen die natürlich auch dazu beigetragen haben dass leute enttäuscht waren ja was der markt heutzutage gar nicht mag ist momentum das in die falsche richtung geht ja fonds kaufen teilweise werte die ein positives momentum haben in völlig abstruse bewertungen nach oben ja und genau der gleiche exzess passiert aber auch nach unten ja okay woran glaubst du liegt das dass sie so dabei bleiben sein wollen unbedingt oder dass sie halt irgendwie dass sie sie shorten also leer verkaufen aktien von unternehmen die negative gewinnentwicklungen zeigen ja und der erfolg gibt ihnen bis dato recht okay ja das ganze wurde natürlich noch geschürt mit dem thema online retailer in deutschland massiv unter druck was zum teil ja auch zu insolvenzen geführt hat siehe gary weber modebranche ja der druck ist gigantisch allerdings sehe ich da schon einen großen unterschied bei media saturn okay denn media saturn ist selbst auch online ja und die struktur diese economy also media saturn hat ja wird gerade von vielen großen online firmen angestrebt nämlich der mix aus online und dem tatsächlichen store ja wie hoch ist denn ungefähr so der der umsatzanteil von den online stores bei bei den beiden also media saturn macht ungefähr knapp über zehn prozent online okay den rest in den läden okay und aber so tendenz so tendenz online online wachsend okay auf was für ein genaues level das gehen soll und mit was economy zufrieden ist muss man sehen aber ich denke das wird auf jeden fall stärker über die nächsten jahre wachsen okay aber dann ist sozusagen deinem position dort da aber kann man sagen so ein bisschen contrarian ja dass du irgendwie sagst okay die wurden irgendwie ein bisschen sehr hart abgestraft absolut genau und was was hat dich denn davon überzeugt also was welche kriterien die du dir angeschaut hast in analyse haben sich zu diesem schluss kommen lassen genau also wir haben jetzt viel über die probleme gesprochen ja die zweifelsfrei vorhanden sind ist der markt ist prinzipiell effizient das heißt ein unternehmen fällt nie ohne grund ja diese ekonomie letztes jahr von zwölf auf drei ja allerdings müssen die gründe nicht immer zwölf euro auf drei euro richtig okay okay allerdings müssen die gründe nicht immer ja long-term plausibel sein okay und wir sehen hier unsere in einem anderen beitrag diskutierte ineffizienz ja und jetzt deine frage warum oder was war der grund warum wir genau das angeschaut haben also punkt 1 value ja wir reden hier also die börse hat meiner meinung nach angefangen ende 2018 einzupreisen dass das unternehmen in massive probleme gerät ja die bewertung ist noch bei circa knapp unter zwei mal ev eb da was es in der form nicht oft gibt ja jetzt muss man sich fragen läuft man da eine value trap weil alles wird immer noch viel schlimmer ich bin mir sicher ganz viele würden oder werden uns belächeln dafür dass wir ins economy investiert sind und halten das für völlig schwachsinnig ja ist ganz lustig weil ich habe gestern so bei mediamarkt mit sich kamera kaufen dann war ich so ein bisschen sauer und habe einfach gesagt da würde ich nie investieren deswegen ist richtig lustig dass wir gerade diese firma jetzt besprechen aber erzähl weiter ja also die bewertung ist extrem niedrig jetzt muss man sich ja prinzipiell die frage stellen funktioniert das business model oder funktioniert es nicht ja und sind die dinge die das alte unternehmen das alte management das übrigens komplett ausgetauscht wurde ja wir haben einen neuen mann am start ja auf sowohl auf economy ebene als auch auf media saturn also in der operativen einheit wird das neue management in der lage sein dinge zum positiven zu ändern ja und das zu liefern was das alte management versprochen hat ja und was haben sie denn genau versprochen also es geht darum die ebta marge zu steigern über verschiedene maßnahmen ja die bestehen aus kostensenkungen ja man muss wissen media saturn hat dieses jahr seinen 40 geburtstag gefeiert ich würde mal sagen der laden hatte eine sich über die zeit eingeschlichen selbstzufriedenheit vielleicht sogar eine gewisse arroganz ja war nicht kundenorientiert hatte viele probleme im online geschäft übrigens ganz viele dieser probleme hatte best war in amerika auch und hat es dann geschafft ist aber was ich kann sagen die sehr ganz gut wieder die waren ja großen probleme haben massive restrukturierung hingelegt sind mittlerweile bei über fünf prozent ebta marge ja und media saturn wollte viele dieser dinge massiv angehen ja hat aber nicht gemacht zum beispiel die die bündelung der einkauf der einkaufs chain man muss sich vorstellen teilweise haben einzelne märkte einzeln mit den herstellern verhandelt ja und dadurch natürlich extrem viel schlechtere einkaufspreise bekommen als zum beispiel amazon ja oder der wettbewerb by the way media saturn hat einen doppelt so hohen marktanteil im deutschen elektronik artikelmarkt wie amazon also sollten sie eigentlich auch in der lage sein zumindest genauso gute konditionen im einkauf zu bekommen ja ja genau weil ich würde nämlich sagen jetzt so als mein generell generell größter größter zweifels punkt wäre halt eben der klassiker ich gehe zum mediamarkt gucke mir die produkte an probiere sie so ein bisschen aus bin nebenher so am handy und gucken guck vergleich den preis sehe irgendwie bei amazon 300 euro günstiger oder so und sagt schönen tag noch ja genau das ist sozusagen der der kritische punkt so was das nicht mehr geben da hat sich schon sehr viel verbessert ja es ist sicher noch nicht ganz perfekt aber diese preis differenzen gibt es in der form nicht mehr und die das kann noch viel viel besser werden und zusätzlich muss media saturn natürlich auf vielen ebenen versuchen dinge in die richtige richtung zu lenken kundenorientiert ihre mitarbeiter auf gewissen ebenen besser schulen muss wieder ein kauf erlebnis für den kunden sein ja in den mediamarkt zu gehen services anbieten das sind alles dinge die mittelfristig passieren die der neue sie angeht ja es gibt maßnahmen die werden mittelfristig bis langfristig greifen es gibt aber also das erhoffen wir uns und daran werden wir das auch messen einige maßnahmen die sehr schnell umgesetzt werden ja und die auch schon ende 2019 in der zweiten jahreshälfte ihre wirkung zeigen werden vor allen dingen auf der kostenseite ok also einfach konsumiere teure überbezahlte management ebenen ausgetauscht ja ja und die frage war dann warum hat man das bis jetzt nicht gemacht ich glaube die antwort ist weil viele in dem unternehmen den ast auf dem sie gesessen sind nicht absägen werden man muss sich überlegen trotz trotzdem der kurs von zwölf auf drei gefallen ist wir reden den übernehmen das immer noch einen positiven free cash flow erzielt hat noch nie in seiner geschichte verluste gemacht hat einen extremen konjunktur resistentes geschäft hat und trotz allem bashing einfach auch ein brand hat wenn man sich ein elektronik artikel anschauen will bevor man ihn kauft dann geht man einfach zum mediamarkt oder saturn ja und genau der punkt den du vorher genannt hast dass ich nämlich mir im zweifel den fernseher beim mediamarkt anschaue und dann für 150 euro billiger auf amazon kaufe ja das ist ein punkt der darf in der zukunft so nicht mehr sein genau da kann man natürlich immer an die moral appellieren der leute so von wegen aber das da gibt es keine moral so ist es mir ist es egal vor allem vor allem weil du nämlich auch gerade gesagt hast so es gibt ja auch viele apotheken die schon banner und transparente machen so sei fair kauft bei uns und nicht online so dann und wenn man dann so mit seiner service qualität und so weiter punktet dann und dann aber der kunde hingeht und sieht na ja warte mal so jetzt vergleichen wir doch mal den service okay bei amazon ich kann es direkt wieder zurücksenden irgendwie habe ich immer das gefühl wenn ich eine rechnung brauche schreibe ich den hersteller an irgendwie so innerhalb von fünf minuten habe ich da eine mail und also dann bin ich beim mediamarkt oder irgendwo anders aber bei einem laden und vergleiche den service und sehe halt okay da finde ich irgendwie nie mitarbeiter der irgendwie gerade mal zeit hat und so da weiß man so okay also irgendwann sind die kunden halt einfach ungeduldig ja oder sagen sich einfach so ich kaufe es einfach woanders und aber natürlich ist genau das dann aber der interessante punkt wenn du sagt bei einem aktienkurs von nur noch drei euro was war market cap was ist das dann gewesen wir reden jetzt wir wir sind ja jetzt von ende letzten jahres von drei auf vier nach oben gelaufen das heißt schon wieder als 25 prozent sie hat dieses jahr schon 30 prozent performance gemacht allerdings noch ohne dass es da wahnsinnig großen grund dafür gibt sie war einfach bei drei und es ist ein rebound bis jetzt noch nicht mehr und nicht weniger vor ein zwei tagen kam die news jetzt dass das management neu besetzt wurde ja also aufs ekonomie ebene ist ein neuer sie neue cfo gefunden ja was sicher schon mal von vorteil ist und viele beruhigt die da sehr ungeduldig waren die o bei media saturn ist auch gefunden von dem wir was wir bis jetzt so gehört haben sehr überzeugt sind okay und die dinge müssen jetzt signifikant und sehr radikal in die hand genommen und geändert werden und wir denken es wird jetzt tatsächlich was passieren und market cap ist jetzt ungefähr wir sind market cap jetzt bei 1,4 milliarden allerdings hat die firma ein signifikanten net cash bestand von ungefähr von knapp über eine milliarde allerdings muss man dazu sagen dass es auch pensionsverpflichtungen gibt ja und man muss dazu sagen dass sich bilanziell dieses jahr die verschuldung ändert weil media saturn mietet ja die gesamten läden ja an denen sie drin sind schon immer das ist schon immer so ja allerdings war es in der vergangenheit so dass die kosten für die gemieteten läden durch die g und v liefen okay das heißt am ende am ende des tages blieben 600 ich sage jetzt eine grobe zahl 650 millionen ebta übrig ja nachkosten für die leasing verbindlichkeiten das sind ja langfristige verträge ja 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 das ändert sich dieses jahr das ist gesetzlich vorgeschrieben das müssen sie so machen die leasing verbindlichkeiten kommen auf die bilanz als verschuldung ja im gegenzug erhöht sich natürlich das ebta weil die kosten nicht mehr durch die g und v laufen ja ja also es ist eine rein buchhalterische buchhalterische sache aber wenn man heute drauf schaut sie haben sehr wenig eigenkapital was von vielen kritisiert wird ja es war aber noch nie höher das heißt die situation hat sich nicht verschlechtert ja sondern sie haben schon immer relativ wenig eigenkapital aber sie haben eine gesunde cash position und stehen nicht irgendwie finanziell im rücken zur wand und weil du auch angesprochen hast so im sinne von konjunktur und so weiter ist es relativ stabil auch ein absolutes geschäft ja also ich möchte jetzt mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen aber ich glaube in meinem letzten gespräch mit ihr haben wir dieses thema beleuchtet und ich glaube das geschäft ist in der letzten rezession nur marginal rückläufig gewesen wenn überhaupt was mich jetzt noch interessieren würde ist wenn du jetzt so eine economy position aufbaust im fond was hast du da so für exit szenarien sowohl auf positiver als auch auf negativer seite dass du sagst okay ich habe jetzt hier mein investment case ausgearbeitet in wahrscheinlich akribischer arbeit und wann an welchem punkt gestehe ich mir ein dass es nicht aufgeht im negativen fall und wenn es gut läuft halte ich die dann ewig oder schichte ich dann irgendwann um und so weiter ist eine sehr gute frage ja denn ich glaube der größte fehler den viele form manager machen ja ist dass sie zu verliebt in ihre ideen sind ja dann oft nicht erkennen wenn sie falsch liegen ja manche haben dann auch noch ein zu großes ego um einfach einzugestehen dass sie falsch lagen ja deshalb finde ich die frage top und so lange die equity story valide ist ja und sich an den gründen warum wir eine investment entscheidung getroffen haben sich fundamental nichts verändert hat ja halten wir an unserer investment entscheidung fest ja es sei denn aus risiko gesichtspunkten ja die aktie würde noch mal massiv unter druck kommen und unter ein bestimmtes niveau fallen dann müsste man auch irgendwann mal die reißleine ziehen ja ob das jetzt bei minus 20 oder minus 25 prozent liegt darüber kann man diskutieren ja aber wir würden sicher nicht zuschauen dass sich das halbiert ja okay so es war und zwar als als wäre investor würde ich dann aber einfach sagen wenn die equity story immer noch stimmt dann ist doch umso billiger oder sagst du dann aber dann muss sie immer mehr wieder aufholen und das ist einfach passt nicht in unser rebalancing und so weiter oder wann was ist dann der grund warum du dann sagen würdest dass die dann jetzt verkauft wird weil du aus aus risiko gesichtspunkten also erstens mal der markt ist nicht total ineffizient ja ich glaube wenn du die investment entscheidung jetzt trifft und die aktie fällt noch mal 50 prozent dann hat man an dem investment szenario irgendwas doch falsch eingeschätzt ja und weil man auch nicht immer recht haben kann muss man einfach an gewissen punkten ein hartes exit wenn ein investment in bestimmten wert unterschreitet ja egal ob man glaubt dass die story noch valide ist oder nicht muss man an dem bestimmten punkt meiner meinung nach ein exit szenario haben und das dann auch umsetzen ja weil man dann vielleicht einfach noch nicht weiß dass man noch nicht dass man nicht recht hat aber der markt weiß es schon ok macht einerseits verstehe ich aber andererseits denke ich mir auch so du meinst du meinst du mein reinkommen durchziehen ja ja ich würde sagen nee das nicht aber ich würde sagen warum mache ich es aber an dem kurs fest so also ich würde es jetzt persönlich zum beispiel nicht an dem an börsenkurs festmachen weil der ist für mich nur der preis und die günstiger etwas ist wovon ich überzeugt bin desto besser aber es kann ja ein anderes kriterium geben zum beispiel management wird immer schlechter absolut oder meine investoren machen immer mehr druck vielleicht keine ahnung kriegst du nicht anrufe von leuten die sagen hey warum bist du immer noch da drin markus geh raus los geh raus die wiederum die du jetzt ansprichst die machen ja das genau dann wenn der kurs zu stark fällt interessiert ja dann weniger ob ich von der story noch überzeugt bin ja ja aber dahin dein erster punkt nehmen wir mal den anderen fall an die aktie steigt aber das management macht dinge nicht die es versprochen hat und der kurs steigt einfach trotzdem trotzdem steigt dann verkaufen wir die aktie trotzdem ja also es geht schon drum in erster linie muss das unternehmen das liefern weshalb wir es kaufen ja unserem investment case entsprechen aber wenn das investment nicht funktioniert muss man nach unten trotzdem aus risiko gesichtspunkten okay stops haben an die man sich hält wenn es nicht funktioniert ja ist denn jetzt abzusehen gewesen auch in bezug auf wachstum dass da zum beispiel nennenswert ob jetzt national oder international neue filialen und so weiter kommen oder ist es aktuell eher so stagnieren top line wachstum ist im moment nicht das große thema ja also ich denke worauf es jetzt ankommt ist die maßnahmen umzusetzen also kostenreduktion kostenreduktion kundenbindung kundenservice neue produkte ja man muss sich ja auch fragen mal als beispiel wie wie viel ist der value von produkten die media saturn heute in seinen läden verkauft im vergleich zu früher ja die produkte sind ja immer wahnsinnig viel billiger geworden ja du kaufst heute im zweifel den laptop für zwei drei hundert euro ja ein kühlschrank oder weiße ware für ein paar hundert euro was früher das 345 also auch neue produkte werden interessant ich glaube sehr viel service orientierter und diese dinge müssen umgesetzt werden und ich glaube die story liegt in restrukturierung ja und erreichen einer zielmarge um profitabler zu werden ja und dann in zweiter linie vielleicht auch wieder wachstum aber und top line wachstum bedeutet quasi wachstum durch neue filialen und 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 was ist mit dem umsatz auf den bestehenden flächen und und so weiter also kann umsatz auf bestehender fläche wachstum ja ok aber man muss man muss das wollte ich vorher noch sagen eins wissen in media saturn österreich ja sind heute schon margen die der gesamtkonzern in paar jahren gerne hätte ja okay warum sind die da besser haben es funktioniert dort einfach anders markt umfeld oder oder lax am management oder ich würde mal zweiteres sagen okay also dann weiß man so was sein könnte wenn es genau so laufen einfach funktionieren kann ja ok weil österreich ist ja jetzt nicht so ein anderes tier als deutschland je nachdem wenn man fragt okay ja nee super ich muss da aufpassen eine frau österreicherin und so aber dann ja super super einschätzung finde ich zum thema seconomy gibt es denn noch andere punkte die ich vielleicht auch nicht per frage angeführt habe die die vielleicht noch relevant waren in der bewertung oder oder die vielleicht für zuschauer jetzt interessant noch sind zu diesem unternehmen mal zu wissen also was für uns auch noch immer wichtig ist sich anzuschauen ist wie ist die marktpsychologie zu einem wert und ich würde mal sagen sentiment und psychologie sind um es jetzt mal mit ganz einfacher sprache auszudrücken dass wahrscheinlich 90 prozent der analysten und und investoren sagen hau weg den mist ja ja es sind zusätzlich viele momentum player short das heißt sollten in den nächsten quartalen fundamentale gründe auftreten warum sich dinge verbessern dann hast du umso mehr abseits dann hast du natürlich mehr abseits wenn sich leute von short investment verabschieden oder es tatsächlich ich glaube auch dass ganz wenige institutionen im moment aus überzeugung ja ein investment in economy haben ja und wir waren einfach der meinung dass jetzt alles negative in die aktie eingepreist ist ja das value in der aktie ist das restrukturierungspotenzial umgesetzt werden kann plausibel ja ja und dass das unternehmen in keinster weise gefährdet ist in den nächsten ein zwei jahren pleite zu gehen und das hat der kurs meines erachtens eingepreist ok dann letzte frage ist mir gerade wieder eingefallen und zwar was mich richtig interessieren würde ich weiß aber nicht ob wie ehrlich du das beantworten kann ja und zwar ist bei so einer investment entscheidung du bist ja der alleinige fondsmanager glaube ich ich habe wortliche ich die entscheidung genau aber ich habe natürlich es wächst nicht alles nur auf meinem mist genau was mich jetzt interessieren würde ist du hast gerade gesagt 90 prozent der analysten sagen wahrscheinlich habe weg den mist ja wenn du so eine entscheidung du kriegst tauscht dich dann mit anderen managern aus mit anderen leuten und bittest die irgendwie mal zu sagen hey du torsten schau mal auf meine analyse was sagst du dazu oder sagst du wirklich am ende des tages mir ist es egal was andere sagen das ist meine entscheidung und das ziehe ich jetzt so durch ja auch eine super frage also ich war ja lange auf der anderen seite ja das heißt ich habe lange fondsmanager betreut und ihnen ideen zu deutschen aktien gegeben ja und ich war sehr schlecht und unerfolgreich in deutschland meine meisten kunden waren in uk teilweise in skandinavien in spanien in südeuropa aber wenig in deutschland ein paar schon aber wenige ja weil deutsche fondsmanager meistens immer dachten sie wissen alles besser okay so und um auf deine frage zurück zu kommen ich tausche mich mit den leuten die ich in den letzten 18 jahren als kunden hatte und als gut erachtet habe ja aus das sind mittlerweile freunde kollegen geworden es gibt in deutschland ein paar hervorragende small und mid cap fans ja und ich denke dass mein vorteil ist dass ich über die langen jahre die besten in der szene kennengelernt habe und ich spreche sehr open-minded mit allen und lasse mich gerne beraten und das gute ist ich glaube ich weiß wer zu jedem thema wirklich gut ist okay und habe da sehr gute partner mit denen man über alles diskutieren kann ja vergesst nicht den kanal zu abonnieren und mehr informationen über marcus und was er so macht findet ihr auch unten in der infobox bis zum nächsten mal